Hallo, ich heiße Theresia und unterrichte Gesang an der Musikschule in Hart. Meine Schwerpunkte sind Pop, zum Beispiel Oder auch Jess Oder auch Jess There will be many other nights like this And I'll be standing here with someone new Im Gesangsunterricht lernen wir ein bisschen Gesangstechnik, ein bisschen Atemtechnik, wir versuchen unseren Körper spüren zu lernen, wir üben Phrasing, wir üben mehrstimmiges Singen im Osorbelunterricht und wir üben mit Mikrofon zu singen, damit wir auch vor Publikum auftreten können. Wenn du ungefähr 10 Jahre alt bist oder auch ein bisschen jünger und natürlich auch älter, dann kannst du dich bei mir im Gesangsunterricht anmelden und ich freue mich. When the rain is blowing in your face And the whole world is on your case I could offer you a warm embrace To make you feel my love When the creams When the evening shadows and the stars And the stars There is no one there to dry Your tears I could hold you for a million years There is no one there to dry your tears I know you haven't made your mind up yet And I will never do you wrong I've known it from the moment that we met No doubt in my mind where you belong I've gone hungry